Beatrice Eglis Bauch ist größer als sonst. Vermutlich noch schwanger mit Kind von Florian Silbereisen. Seit Florian Silbereisen und Beatrice Egli eine Hochzeitszeremonie abgehalten haben, sind die Fans nicht mehr so erbicht darauf, die beiden wie früher zu überstürzen. Ihre Liebe wurde belohnt und zu neuen Höhen gehoben. Auch die Beziehung zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli wurde von einem unverbindlichen Liebhaber zu einem nicht nur emotional, sondern auch rechtlich eng miteinander verbundenen Paar aufgewertet. Die beiden gehörten offiziell zueinander und niemand konnte sie aufhalten, diese Beziehung wurde von der Erde bestätigt. In der jetzigen Zeit, in der Florian Silbereisen und Beatrice Egli den Aufbau ihrer Gesangskarriere weiter vorantreiben, erhalten die beiden von den Fans Eingebungen und Jubel über die vorzeitige Geburt eines Babys. Beide teilten mit, dass sie das noch nicht wirklich besprochen haben, weil die beiden noch mehr Zeit für ihre Karriere aufwenden und sich mehr umeinander kümmern wollen, bevor sie Eltern werden. Ein gerade gepostetes Foto sorgt jedoch für Unbehagen angesichts der darin enthaltenen Informationen. Es schien eine vorgeburtliche Untersuchung zu sein, mit dem Namen von Beatrice Egli und der Feststellung des Arztes, dass sie in der zweiten Woche schwanger sei. Die explosiven Informationen machten die Fans glücklich für dieses Paar, als sie ihre ursprüngliche Meinung änderten und beschlossen, im Moment ein Baby zu bekommen. Diese Informationen sind jedoch nicht auf die offiziellen Konten von Beatrice Egli, Florian Silbereisen oder deren Verwaltungsgesellschaft zurückzuführen, daher ist ihre Richtigkeit immer noch eine Frage, die sich die Menschen sowie jeder Mann stellt, der dies überprüfen kann. Die Fans hoffen sehr, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli bald nach der Hochzeit gute Nachrichten haben werden. Doch aktuell, ob Beatrice Egli schwanger ist oder nicht, werden die beiden wegen ihres einzigartigen Gesangstalents von vielen Menschen im Land und auf der ganzen Welt geliebt. Ihr Leben und ihre Arbeit sind immer noch sehr reibungslos und voller Glück und Trost, wenn die beiden zusammen sind.